Und da sind wir beim Fürsten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder ein Inventarplatz 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 沒有 distance post auf einem Mikro Vielen Dank. Okay, da habe ich das falsche gesucht. Ich glaube, der Schwarzgeist mag das gerade gar nicht. Das Geschenk von Kaifuhr. Und Stufe 50. Ja, damit bekommen wir zumindest das Level Up für 50. Wenn ich hier auf rechts klicke, so. Jetzt müssen wir nur noch Level 50 werden. Okay. 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 Und mit Falks reden. Wo ist Falks? Okay. 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 Dann gehen wir mal rein. Das war ein Level Up. Okay. 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 Ich suche nach dem Blütenblatt einer blauen Rose. Okay. 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 Und zur Bibliothek von Kalfion. Zur heiligen Lehranstaltsbibliothek von Kalfion. Okay. Ups, das war so nicht geplant. Ich wollte gucken, ob es hier noch vom Season-Zugang Wachsichscheine gibt. Nein. Aber, soweit ich weiß von der Hauptquest, Geheimmission. Ja, es gibt noch viele Schwarzschsteine für Anfänger. Und wenn ich richtig bin, nach der Media-Quest auch noch einige. Oder? Wurde das rausgenommen? Doch, gibt's. Nochmal 20 und 40. Wurde ich. Ich bin auf wirklich wichtiges Seite. Auf die Reise. Ich würde lieber ein Buch zu schreiben. Die Menschliche Rechmaschine Die Menschliche Rechmaschine Die Menschliche Rechmaschine Die Menschliche Rechmaschine Okay.